Musik Salü, bienvenue mis amis. Heute möchte ich euch unbedingt mal kurz einen Tipp zu einem Film mit auf den Weg geben, der allerdings erst im Dezember 2022 im Kino anlaufen wird. Und zwar im Taxi mit Madeleine. Ich bin selbst erst vorgestern Abend auf diesen Film aufmerksam geworden, als er mir in meinem Newsfeed auf YouTube vorgeschlagen wurde. Ich schaue ja persönlich immer sehr gerne französische Filme in Originalsprache und dachte zunächst, mir sei ein Film in voller Länge vorgeschlagen worden, als ich auf dem Thumbnail Lien Renaud sah, bis ich damit bekam, dass es sich um einen Trailer zu einem aktuell, bald anlaufenden Kinofilm handelt. Im Taxi mit Madeleine ist eine französische Tragikomödie mit der französischen Sängerin und Schauspielerin Lien Renaud und dann die Boom in den Hauptrollen. Und das Coolste an der Sache ist, dass der Film eben auch in deutsche Kinos kommen wird. Darauf lässt zumindest schon einmal der deutsche Trailer zum Film schließen. Es zählt für die Geschichte der 92-jährigen Madeleine, die von ihren Ärzten gesagt bekommen hat, dass es besser für sie sei, in ein Altersheim zu ziehen. Doch bevor sie diesen Schritt wagt, bittet sie den Taxifahrer Charles darum, sie zuvor noch einmal an alle Orte zu fahren, die in ihrem Leben für sie eine große Rolle gespielt haben. Wobei Madeleine ihm aus ihrem Leben berichtet und Charles dabei in eine Vergangenheit eintaucht, die ihn zutiefst erschüttert. Die Story klingt so schon sehr interessant, doch nachdem ich den Trailer sah, war und bin ich davon überzeugt, dass der Film richtig gut sein wird. Zumal ich bereits viele Filme mit Lien Renaud geschaut habe und sagen muss, dass sie sich immer für super Filmprojekte entschieden hat, die einfach Spaß machen. Ob nun Komödie oder auch ernstere Rollen. Es waren bisher immer tolle Filme mit ihr und wohl leider nur wenige sind tatsächlich auch bis nach Deutschland gelangt. Obwohl, vielleicht sind es letztlich sogar mehr als ich denke. Das will ich jedenfalls mal hoffen. Im Taxi mit Madeleine hat für mich schon wieder das, was ich an französischen Filmen generell so liebe und schätze. Melancholie und dennoch Witz und Charme. Ganz abgesehen davon, dass mit Dani Boone an ihrer Seite, mit welchem sie bereits mehrere Filme gemeinsam gedreht hat, so unter anderem auch in Willkommen bei den GD ein cooles Tour an den Start geht. Also merkt euch schon mal den Dezember 2022 vor. Ihr werdet Im Taxi mit Madeleine ganz bestimmt toll finden. Einen kleinen Eindruck dazu könnt ihr euch jetzt schon mal verschaffen, denn den Trailer habe ich jetzt gerade in die rechte obere Ecke meines Videos verlinkt und natürlich findet ihr diesen auch unten in der Beschreibung. Bis dann, Salüa bentomisami, eure Kulle